Tuning Timer. Den habe ich jetzt auf 10 Sekunden eingestellt. Sobald das Tuning aktiv ist und ich schneller als 15 kmh fahre, dann wird der Zähler hier unten rechts runtergezählt von 20 auf 0. Das heißt, ich fahre 20 Sekunden lang schneller als 15 kmh. Jetzt ist der Zähler rechts auf 0. Das heißt, wenn ich jetzt stoppe, dann wird der andere Zähler runtergezählt, diese 10 Sekunden, die ich eingestellt habe. Und wenn die 10 Sekunden abgelaufen sind, dann geht das Tuning aus. Ich kann währenddessen aber das E-Bike auch schieben. Dann wird der Tuning Timer gestoppt. Wenn ich dann aber wieder auf 0 gehe, dann wird er weiter auf 0 gezählt und das Tuning geht aus.